Nicht mitnehmen. Einfach unten hin montiert. Zehn mal so groß wie mein Schiff überhaupt. Und dann einfach mal voll Gas ein Hai. Schieße ich lieber mal ab. Das ist sehr unsozial, dieses Ding. Boah, mit Kugel, ja. Kann man mitnehmen. Muss man jetzt nicht, aber warum nicht? Ne, da fliege ich mal noch nicht rein. Ich lasse den erstmal rausfliegen, wenn er denn rausfliegt. Der kann natürlich Problems durchfliegen. Ich wahrscheinlich nicht, wenn ich das Spiel stehe. Dann fliege ich erstmal da rein. Guck erstmal vorsichtig herrin. Hui. Unschön. Und ich habe keine Milition für nichts. Perfekt, so habe ich mir das vorgestellt. Ich nehme mir für sich ordentlich Schaden, wenn ich... Oh, es ist abgeschaltet. Abgeschaltet. Ähm... Friss das. Ich habe ich Orbit-Kugeln. Das geht so irgendwie nicht. Es geht. Ach ja, leck mich. Wie soll ich mal wieder durchkommen? Was? Sofort Zone, ey. Aber gucken die an, warum denn? Ähm... Deswegen vielleicht. Iwo. Ich ziehe diesen Kopf gar nicht durch, ohne Schaden zu nehmen, oder? Ach nee, oder? Ähm... Ich hoffe mal, da kommt wieder irgendein Endboss. Ja, fickt euch. Da ist auch noch einer. Na, wunderbar. Was ist denn, was du hast und vergessen? Kopf braucht gar nicht durch, ohne Schaden zu nehmen. Die Zone sofort evakuieren. Kann ich gerade nicht. Schon ein bisschen zum Kotzen, ne? Wo war denn der Letzte? Nein, den wollte ich ja nicht. Ah, so hell, geh weg. Komm da nicht durch, ohne Schaden zu nehmen. Warum soll ich denn die Zone evakuieren? Ich brauche mir irgendwie noch Munition, irgendwas. Ich muss doch noch was rumbollern, oder? Am Anfang vielleicht irgendwas, was ich nicht aufgesammelt habe. Äh, nö. Aufgeladen werden. Wo geht's denn Talan? Nirgends, wo geht's da hin? Zu sehr unangenehmen Punkten, wie ich das klatsche, das sehe. Wo geht's da hin? Unangenehmer Punkt. Und da hin? Ja, unangenehmer Punkt. Und Munition. Toll. Legt hier wirklich nirgends wo meine Munition rum. Wenigstens ein bisschen. Sieht schlecht aus. So, jetzt schießen wir einfach mal. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. So, wie soll ich denn die Gegner alle töten und gleichzeitig dahin kommen? Pff. Da treibt's halt noch mehr. Warum muss ich die Zone plötzlich evakuieren? Muss ich auf der anderen Seite doch auch nicht machen. Das ist doch totaler Unsinn. Ach ja. Mensch. Was soll denn das jetzt? Was zur Hölle? Na, endlich. Ah, wie soll ich da durchkommen? Wenn ich wiederbelebt wäre, sind wir gleich wieder 2 Milliarden Gegner. Ja, ja, komm. Wo, 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 wo ist mein Zeug? Wo ist mein Zeug? Also noch einer. Fick dich. Was ist das Scheißloch? Oh, ich kriege natürlich genau das, was durch rauskommt, wie es aussieht. Deswegen sind wir noch 2 Milliarden Gegner drin. Oh, das ist ja grauenhaft. Oh, mach das, dass es aufhört. Ja, ist gut, mach es weg. Ah, leck mich. Kann sich ja keiner mit anhören. Was heißt, wir müssen aufgeladen werden? Ich habe doch alle vier scheiß beschissene Stationen. Ach, da unten muss ich jetzt hin. Dass das schöne Geräusche ist. Ja, ich hab dich auch lieb. Spiel. Und jetzt? Ach, was ist das denn, Scheiß? Es ist noch mehr nerviges Geräusch. Und ich habe gerade mal 26 von 141 Gegnern getötet. Was tut denn da? Ich will auch gar keinen Zugang. Ich will die Gegner da töten. Zugang kannst du dir sonst wohin stecken. Ich will Gegner töten und mehr nicht. Ich will, dass die alle tot umfallen. Ich will Cheats. Ich will Aimbot. Ich will... Nicht so viel Pämpfeln, Alter. Komm doch her. Mal verflieg du. Dass du es besser kannst. Ja, hau ab. Jetzt nicht zugehen, wenn ich rausfliegen will. Was bist du denn? Kamera. Können wir irgendwas anfangen? Nein. Komm, wir sterben. Pissen dich nicht an. Gehen wir noch mehr. Von der Schlott. Jetzt, Alter, dampf doch mal. Scheiße, kackte Tür hier. Können wir nicht lieber ultra-hard-closed sein? Dann ist das scheiße. Lass mich raus. So, und einmal. Ach, macht doch, dass dieses Scheiß-Geräusch aufhört. Ich schalte das Soundfach gleich ab. Boah. Das ist grauenhaft. Da denkt ihr so scheiß aus. Die Leute, die das Spiel nicht selbst gespielt haben, würde ich mal sagen. Ja, das könnte hinkommen. Fliege ich da jetzt hier hin und will ich da überhaupt hin? Natürlich will ich da nicht hin, aber ich muss da hin. Geht doch mal alle sterben, bitte. Du auch. Nein. So. Stell ich mal meinen Sound aus. Halli. Das geht ja gar nicht. Was bist du denn? Karussell. Wo musst du denn hin? Ich wollte doch nur eine Runde Karussell fahren. Man, oh. Ich wollte doch nur mal gucken, wo ich hin muss. Ich muss da links hin, glaube ich. Das Spiel steht. Wo bin ich denn jetzt? Habe ich Nitro? Nee, nicht so wirklich, ne? Kann ich da oben drüber, über den Hammer? Nein. So nicht. Nein, ich glaube, da muss ich erst irgendwo anders Nitro holen. Okay, und was ist da rechts drin? Das ist einfach. Wo ist der Hack? Ah. Das wäre ich natürlich auch nicht mehr, wenn es heißt Zielsucht, äh, links zu uns, ne? Aber wenigstens muss ich mir so den Sound nicht antun. Ihr schon, aber ihr, das tut mich ja ähnlich. Oh. Darf ich mir das einfach so nehmen, oder würde ich das dann gleich bereuen? Ich darf es mir einfach so nehmen, wirklich? Ich darf mir das auch nehmen. Was auch immer das Kraftgon, was auch immer das war. Die darf ich nicht nehmen. Na ja, klar. So, und was bringt mir jetzt, dass ich diese Dinger habe? Ich meine, es ist schön, dass ich sie habe, aber... Ich darf auch einen tieferen Sinn haben, oder? Nein. Es ist einfach nur, äh, schön. Dann hätten wir das ja geklärt. Können wir ja noch mal speichern. Den wir so ein bisschen eingedeckt haben. Bis Start-Position aktiv fahrtet. So. Soll ich natürlich auch nicht den Gegner irgendwo spawnen, also... Ich habe mich hier nie wirklich groß interessiert, wenn wir jetzt da mal raufgeflogen kommen gehen würden. So, das hält die in diesem Feld ja fest, richtig? Da war ja was. Da war ja irgendein scheiß Bosmann, ne? Da kriege ich auch irgendwann mal wieder einen Laser. Fand ich lustig. Warum bin ich überhaupt für mir? Die ist doch schon abgestürzt, oder? Täusche ich mich da? Freilich. Jetzt wünschte ich mir die Kraftkonten, noch. Nein, wir wollen... Welchen kommt man denn laden? Den da! Was heißt das wollen, ne? Ich habe jetzt so heftige Aussagen, die ich jetzt mal nicht treffen wollen, aber ja. Ich kann doch einfach oben in der Lampe hängen, das wäre wunderbar. So, der wäre tot schonmal. Was ist das? Ein Licht, das nicht an ist. Wofür habe ich die Solaranlage denn angemacht, wenn die Lichter trotzdem noch ausbleiben? Haben sie diese dumme Entwickler da wieder gedacht? Ich habe doch keinen Zugang zu diesem Bereich. Da gibt es ja volle Lutscher drin. Da schmüller oder was? Nur durch schießen wir das nicht auf. Behauptet wer? Ich brauche nur eine größere Kanone. Mensch, alles was ich wollte ist, das aufnehmen. Was auch immer ich heute aufgenommen habe. Oh! Keine Bomben aufnehmen. Ich erinnere mich grob. Äh, Moment. Das war... Kein Zugang, richtig? Richtig. Ich erinnere mich da grob an irgendeine Grundregel. Die Lübelsprache Bübel ist, wenn der Wand verschwand. Das war alles in die Luft sprengen. Das ist nie verkehrt. Alles in die Luft sprengen. Das geht immer. Jederzeit und überall. Aber wie denn gemacht hast du das? Spawns? Ich habe doch bloß hier... ...besser kaputt schossen, wenn eine Bombe war. Toll. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ja, alles. Oh. Vernichtende Bombe. Nein, wer wünscht dir das nicht zu Weihnachten? Ich fliege jetzt nicht genau in die Richtung, wo ich nicht wieder fliegen soll. Ob es anders gewesen wäre jemals. Hat mir denn schon Schaden, wenn sie noch so Lichtfälle sind? Oder muss ich da wirklich warten, bis sie erschienen sind? Nicht Fragen schießen. Alles weiter schießen. Nur nicht Aufmerksamkeit schießen. Oh, ich hatte ja noch diese andere Rakete irgendwie. Na ja. Details. Nur Details. Das läuft wunderbar, muss ich sagen. Einer. Zwei. Wunderbar. Keine Ahnung, was mir das bringt, dass ich hier einen nach dem anderen niederschieße. Aber... Das wird schon den Grund haben. Sonst will ich das ja nicht machen. Ich will ja auch nichts aufmachen. Ich will etwas kaputt machen. Schuss doch auch nicht. Das muss ich auch schon verhacken. Oh. Es ist doch zum Kacken. Oh, laden, 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 laden. Der war slag. So, komm ich jetzt irgendwo weiter, oder war das jetzt einfach nur so zum Munitionsverwurf schießen? Ich habe noch keinen Zugang zu diesem Bereich. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Ich habe ja gar nicht die Meldung, dass das nicht schießt. End. Das Leben hätte ich gerne. Nein, das war der Nachbrenner, verdammt. Schnell. Schnell. Das ist ein Leben. Ja, wunderbar. Ich will da nicht runter. Muss das wirklich sein? Was ist denn der Nachbrenner? Oh, da habe ich aufgesammelt. Nitro. 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 Habe ich da. Warum wurde ich jetzt gestorben? Suskan, hä? Wo war denn die, wieder schön? Ja, Dubo. Wo kommt das her? Angsthaft, wo kommt das her? Da ist doch gar keiner. Doch, hinter mir spawnt einer, wenn ich das mache. Also muss ich doch vorne rumfliegen. Ja, wenn, dann bitte mit Nachbrenner. Ben schon unbedingt sein muss. Ach, dieser Scheiß, liked den ganz Drecksdinger da. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Neue Idee, neue Idee. Ich hätte gerne nicht einen Schlüssel und dann würde ich kein anderes... Ach, komm! Dann stürzt halt ab. Ist mir auch inzwischen egal. Ich muss mir die Scheiße nicht angucken. Nachbrenner, nachbrenner. Noch mehr brennen. Schnaps brennen. Jawohl. Was soll denn der Scheiß direkt da schon wieder... Und raus. Genau. Was zur Hölle? Woher denn jetzt schon wieder? So, nicht das Ding fliegt irgendwo da oben rum. Und, ach, ich spawn da oben. Naja, das ist ja wunderbar. Hö, schießen wir das nicht auf? Behauptet nicht, wer. Jetzt habe ich eine Kanone gefunden, ob die groß genug ist, dann geht das auch auf. Hinten kommt gerade nichts. Und das ist weg. Safe. Safe, safe, safe. Safe, 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 safe. So, ob ich jetzt in den verborgenen Bereich betreten. Da ist ein Schlüssel drin. Ich bin davon ausgegangen, dass ich da hin muss. Das ist plötzlich ein verborgener Bereich. Das ist ja wirklich so ein Scheiß. Mach's nicht fertig, Kackspiel. Lass mich da raus. Ich habe ein Schild ohne A&D. Und ich habe eine Titan, aber die möchte ich jetzt noch nicht verblasen. Würde ich gerne ein bisschen aufheben, bis ich sie wegblase. Oder... Blase, hö, 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 hö. Ordentlich Blasen, hö, hö. Ja, komm mal raus. Du dir nix. Ich will das Spielen. Hallo? 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 mal raus so ein kleinkind das nicht zu seiner flügel kommen ich weiß natürlich nicht ob ich den raum da drüben auch irgendwie machen muss keine ahnung neun neun du hast dich jetzt den raum wo dich nicht machen bist du nicht tot? neun du bist überhaupt da? hohe sicherheitsstufe ich will ein trojeks im Moment habe ich jetzt nicht ein micro dann könnte ich vielleicht den hammer umgehen naja schneller fliegen als der hammer dreht dreht nämlich voll ab der hammer der dreht voll am Rad ich bin grad total witzig ich weiß ich kann nichts machen gegen meinen Humor ist einfach groß alles ne ich hab beeilung Gas geben oder sterben ich hab ja ich geb Gas ich geb total Gas nur am nicht vorhandenen Gas gibt bitte wieso gehst du vielleicht inzwischen auch auf? ne ach schön in der luft sehe ich grad gut schön ich brauche ich brauche vielleicht bin ich da langsam ich könnte schon mal in die richtige Höhe gehen mhm und mich da quetschen lassen ist immer ne gute Idee